Willkommen Freunde zu einer weiteren Trials Fusion Secret Challenge, diesmal im Haien des Grünschnabels, beziehungsweise genauer auf der Strecke schmutziges Derby. Und was wir dafür machen müssen, das gucken wir uns jetzt nochmal schnell an, da war ich ein bisschen zu schnell, und zwar müssen wir einmal für die Fahrerkamera-Herausforderung, müssen wir das Gyroskop treffen und die Strecke im Fahrerkamera-Modus beenden. Das ist gar nicht so einfach, werdet ihr gleich sehen. Allerdings ist es ziemlich einfach, diese Secret Challenge auszulösen, denn wir müssen genauso wie beim Fußball-Gott, bei der Fußball-Gott-Challenge, müssen wir hier einfach ganz am Anfang auch wieder ein paar Meter zurückfahren und dann passiert das Folgende. So. Und jetzt sehen wir, wir fahren in der Fahrerkamera und verkacken hoffentlich nicht direkt am Anfang, denn man kann ihn nicht zurücksetzen. Sobald man zurücksetzt, ist man wieder in der gleichen Ansicht. Also man kann schon zurücksetzen, da ist man aber wieder ganz am Anfang und muss wieder das Ganze von vorne beginnen. Diesmal schaffe ich es. Ich habe es ja beim ersten Mal ehrlich gesagt direkt wieder geschafft. Ist irgendwie komisch, sobald ich den Aufnahmeknopf drücke, ist das Ganze immer anders als, wenn ich alleine spiele. Ah doch, man kann doch von hier weitermachen, das ist ja einfach. Ich hatte gedacht, wir müssten jedes Mal wieder von vorne beginnen. Wie gesagt, als ich es das erste Mal gemacht habe, wie man da vorne sieht, bin ich einfach so durchgefahren, als ob nichts wäre. Aber irgendwie, sobald ich reden muss, ist dann Schluss mit der Konzentration. Es ist immer wieder faszinierend, wie ein doch das Kommentieren, das Live-Kommentieren, nicht im Nachhinein, doch aus der Bahn wirft bei sowas. Aber wobei es jetzt ja einigermaßen geht, ne? Einigermaßen zumindest. Ah gut, wir schaffen das auf jeden Fall, wir schaffen das auf jeden Fall, denn wir dürfen ja zurücksetzen. Und so schwierig ist diese Challenge auch gar nicht. Die ist zumindest einfacher, als zum Beispiel die mit den Bällen. Oder das Tennis-Spielen gegen den Pinguin, sagte er und maulte sich. Spektakulär. Auf die Fresse. So, zack, abgeschlossen. Meine Fresse. Also Freunde, ihr wisst es, war nur ganz kurz diesmal, aber hier, das war eine weitere Challenge in Trials Fusion. Und nach und nach werden wir alle Challenges, alle Secret Challenges zumindest hier gemeinsam durchgehen in diesem Spiel. Mal gucken, welche da noch so kommen werden.